Wir brauchen mehr Frauen im Landtag von Baden-Württemberg. Aktuell sind es nur knapp 26 Prozent. Wir brauchen auch mehr Vielfalt in den Werdegängen. Menschen mit breiter Lebenserfahrung in ganz verschiedenen Bereichen unserer Gesellschaft. Elvira Nägele, unsere Landtagskandidatin der FDP im Wahlkreis 14, Bietigheim-Bissingen, ist eine solch tolle Kandidatin. Sie ist mit ihren Schwerpunkten Digitalisierung in der Schule, natürliches Bauen unter Berücksichtigung ökologischer Bedarfe und natürlich auch der Erhaltung der Freiheitsrechte. Eine tolle Bereicherung für unseren Landtag. Was bringt sie dafür mit? Sie ist gelernte Architektin, ist heute auch tätig in der Hausverwaltung, hat zwei Kinder mit 15 und 18 Jahren. Natürlich ist sie auch verheiratet. Sie musiziert gern Geige und Tropäde und außerdem engagiert sie sich im Tanzverein. Ihr Credo, frei in eine lebenswerte Zukunft. Ich glaube, dafür steht Frau Nägele mit ihrer ganzen Persönlichkeit. Und ich glaube, sie wäre eine gute, starke Stimme im Landtag von Baden-Württemberg. Deswegen werbe ich für Sie und bitte um Ihre Stimme für Elvira Nägele, Wahlkreis 14, Bietigheim-Bissingen.